Der Ossi ist One, ne? Der Typ ist ne Legende. Das ist der Typ, der die ganze Zeit hier über den Crouch rumlaufen tut. Das heutige Match. Ein Fikanenkampf durch Terminierung. Werden es Wellen der Bewunderung oder Tränenflüsse? Schon das an der Ton. Wenn ich sterben sollte, nehme ich Dings, Boss. Ein unmittelbarer Verlust für die Hölle Seite. Ich habe in einer Sekunde mein ganzes Leben verloren. Ich weiß immer noch nicht wie. Ganzes Leben direkt weg. Wenn du kommst, können wir gemeinsam angreifen. Ja, holst du alle Tränen, ne? Ja. Ja. Ja, zumindest ist auch schon drin. Sascha, komm. Antage. Boah, eurem... Scheiß Granaten, oder? Die haben wahrscheinlich Schaden gemacht. Hä? Die hat doch die ganze Zeit geblockt. Ha, moore, Scheiße, Digga. Schmutzkarte. Ich hab mein Geschütz gerade perfekt dahin gestaltet. Genau dafür. Ha, 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 ha. Schön, Alter. Ja, renn in deine Bubble wieder rein, du, man. Ich bin ein dummer Wade und ich stehe genau auf deiner Mine aus, sie ist geplatzt. Ich hab kein Schaden, aber fast. Anakin, du bist nicht smart, du bist ein Bastard. Geh aus der Ecke raus. Ich geh auf die Blaster gerade. Blaster raus ihnen. Hab sie geschafft. Hab sie beide. Boah, hinter uns, Obi. Unser ehemalige Metz. Bartholomeo, der Bastard. So, ausgeruchert haben wir so. Hier von rechts. Dieser Trailer. Nein! Ah, doch nicht. Ich fahre hier wieder in das Ding rein, ne? Ja, Obi-Wan ist bei mir in der Mitte. Ich versuche zu kommen. Bin drin, Han ist tot. die kennt das war ja das ist nicht dass er viel machen würde auch sie ist worden wollte gerade in die ecke staub getötet sexy die kürze so gut wie tot es war der schieber das war glaube ich der wälder alle hier draußen was denkt der welt wieder mit dem staub gegrillt ein die zwei auch mitgenommen denn ich lebensherg das ist die geschaffte sekundenlängers schießen hat unser leben kann schießen schief ausgeschaut er kann nichts machen er hat mich da unten und schießt mich tot mein gott haben gerade noch so erwischt es war schön wie ich zu geworfen das gespürt oder schießt raus das ja die tun die ladung ist so ein schmutz dick obi was ist denn los mit ihr liga bist du abpacken oder was sichtliche erleben wir gegriff oh mein gott das auch noch schon einfach sie sind da liebens grund schnell feuer nein alter wilder bau caster geburensohn luke hat keine ausdauer ich habe den block leer geschlagen ich schlage auf ihn ein und er schlägt vier mal weiter mit keinen ausdauer null ausdauer schick mal einfach so weiter passiert immer öfter so was die einfach hotfix das spielmarsch ist neidisch nicht mit runden habe ich noch in der luft getötet werden wir runterfliegen ich habe ihn einfach getötet werden wir beide runterfliegen nicht schlecht halte mit raserei ich bin einfach die ganze zeit hinterhergeportet ich sehe nur wie sie aus der tür rauskommt ich denke wir sofort wirken chewbacca rennt noch rein ich würg runter digga da hat er mir einfach noch einen kill gespielt digga das aussah mega geil die klasse sind alle weg ist der isbronn einfach weg der ja level 800 haben sie ein max 107 811 ich probier's erst noch mit blaster also lasst uns die mitte erobern kämpft mit mir in den kampf direkt vor der haustür nach mordor hinter uns hinter uns okay die facken ab das wird widerlich ich weiß nicht wo ich gestorben bin ja klar maul weiß genau wo ich bin da kommt über rechts hinter mir ganz außen stellen der aufstecker ist so lächerlich ich werde ich einfach ignorieren ein Wader ist Mofftarkum. böser was kann weg aufpassen ich bin hinterher geflogen jetzt wieder mal ich fliege halt perfekt runter unglaublich ich muss auch nicht schmerz nehmen die wollen abfragen oder tschüss sie überlebt es ist ja auch noch einen mann meine fresse ich bin ein die 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 Unglaublich wirklich, dass wir da für Huchensünde sind. Alle Mates tot. Guck dir aber auch die Levelgebnisse an und dann gucken wir von uns die Mates an. Er landet auf dem Flügel oben, ich steche ihm unten ab. Ich werde zum Mörder. Ich bin gedodged. Und tot. Nachgrund reicht es, glaube ich, für heute. Ja. Ja. Was ist das? das gibt es doch nicht ich bin am spawnen mit dem nicht und hinter mir sind gegner wie kann es sein mit dem nirgendwo halt und hinter mir kommt einfach ein gekostet nichts ich hab dort schon gedrückt es kommt schon wieder diese nutte dieses bohns alter das playstation menüs soll ist so scheiße die ganzen bei mir und ich habe bloß einmal perstaste einmal x versendlich und dann komme ich nicht draußen eine halbe stunde weil das erstmal alles öffnen musste ja 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 das das und die die gott die